Die Schlacht bei Neuwied wurde am 18. April 1797 in der Umgebung von Neuwied und Bendorf ausgetragen und war Teil der als erster Koalitionskrieg bekannten militärischen Auseinandersetzung. Sie wird als wichtiger Sieg der französischen Truppen unter General Louis Lazarosche gegen die Habsburgische Kaiserliche Armee unter dem General Franz Freiherr von Werneck gewertet. Die Österreicher verloren 10.000 Soldaten, 27 Kanonen und 7 Fahnen. Schlachtverlauf Die Schlacht von Neuwied war Folge der Unternehmung General Louis Lazarosche am frühen Morgen des 18. April 1797 bei Neuwied mit seinen Truppen auf das rechte Rheinufer überzusetzen. Ungefähr 28.000 Soldaten der Niederrheinarmee waren noch auf die Quartiere im gesamten Taunus und Westerwald verteilt. Ein Reservekorps von 5.000 Soldaten befand sich bei Rüsselsheim. Weitere 13.400 befanden sich in der Festung Mainz und 2.400 in der Festung Ehrenbreitstein. Der Kampf wurde eröffnet mit einer österreichischen Kanonade, die einen Angriff des französischen rechten Flügels auf den österreichischen linken Flügel unter Feldzeugmeister Paul Freiherr Greif von Kachowa bewirkte. Nach mehreren Angriffen gegen die gegnerische Schlüsselposition auf der rechten Flanke in der Nähe des Ortes Bendorf, gelang es der französischen Infanterie unterstützt durch mehrere schwadronen berittener Jäger, die Österreicher aus dieser Position zu verdrängen. Ein Frontalangriff der französischen Kavallerie vertrieb die Österreicher auch aus dem Ort Zein. Hosche befahl dann einer Abteilung unter Antoine Richepanse die Verfolgung der sich zurückziehenden Österreicher. Richepans Ertruppen erkämpften dabei sieben Kanonen, 50 Munitionswagen und fünf österreichische Fahnen. Der französischen Infanterie unterstützt durch die Gewehre der Einheiten von François-Joseph Lefebvre gelang es, die Österreicher aus Zollentjas zu vertreiben, was letztendlich die Niederlage des österreichischen linken Flügels bedeutete. Während der französische Rechte den österreichischen linken Flügelangriff startete Hosche einen zweiten Angriff, dieses Mal auf das österreichische Zentrum. Nach einem Artillerietrommelfeuer griffen die Grenadiere des Generals Paul Grenier die Befestigungen von Heddesdorf an und nahmen das Dorf in einer Bayonet-Attacke. Während die Husaren von Michelnay das österreichische Zentrum von links umfassten und zwang, sich zurückzuziehen. Ausweitung Nachdem er durch Richepanse zurückgedrängt worden war, gelang es Krei, seine Truppen zu sammeln und weiteren französischen Angriffen zu widerstehen. Um dem zu begegnen, bot Hosche die Grenadiere von Grenier, mehrere Dragonash-Fadronen und die Husaren von Nye auf. Nye rückte mit ungefähr 500 Husaren nach Dierdorf vor, wo er die österreichische Reserve mit 6000 Soldaten vier Stunden beschäftigte, bis der Rest der französischen Armee aufgeschlossen hatte. Während eines Gegenangriffs durch die österreichische Kavallerie wurde Nye von seinem Pferd abgeworfen und gefangen genommen. Nach diesem Angriff brach der österreichische linke Flügel zusammen und in der Verfolgung nahmen die Husaren 4000 Männer gefangen und erbeuteten. Zwei Fahnen Dem französischen linken Flügel unter Jean-Étienne Champigny gelang es in der Folge, die Österreicher aus alten Kirchen und Okarat zu verdrängen. Nye wurde am 5. Mai gegen einen österreichischen General ausgetauscht. Am Folgetag 19. April 1797 rückten die französischen Truppen weiter vor. Es kam zu kleineren Gefechten mit der zurückziehenden kaiserlichen Armee bei Kiburg, Molsberg, Nassau, Dietz und Zollhaus. Limburg an der Lahn wurde vom rechten Flügel der französischen Armee kampflos besetzt. Der linke Flügel setzte am 20. April die Verfolgung der kaiserlichen Fort bei Rot kam es zu Gefechten mit deren Nachhut. Krei gelang es jedoch die kaiserlichen Truppen zu formieren und sich geschlossen über Gießen in Richtung Frankfurt am Main zurückzuziehen. Bis zum Abend hatte die französische Armee, trotz Gegenwehr, den Westerwald bis zur Dill und den nordwestlichen Taunus besetzt. Am 21. April kam es im Taunus und bei Wetzlar zu mehreren Gefechten bei denen die französische Armee bis Rüsselsheim vorrücken konnte. Am nächsten Tag besetze die französische Armee Wiesbaden und bereitete die Erstürmung von Frankfurt vor. Dieses musste sie jedoch abbrechen, da Horche nun offiziell über den Vorfriedensabschluss zu Löwen informiert wurde. Ergebnis Die österreichische Armee verlor 3000 Männer im Kampf und weitere 7000 Männer wurden in der Folge gefangen genommen. Die Franzosen gewannen 27 Kanonen und 7 österreichische Fahnen. Im Ergebnis ein wichtiger Erfolg gegen die Österreicher. Horches erfolgreiche Offensive wurde durch die Verhandlungen beendet, die zum Vorfrieden von Leoben führten. Die Schlacht von Neuwied ist auf dem Arc de Triomphe in Paris vermerkt. Am 18. April morgens um 8 Uhr fand der letzte Versuch zwischen den Generälen Krey und Lefebvre in einer Unterhandlung das ungleiche Treffen zu vermeiden. Statt, als sich schon ein großer Teil der Franzosen in Schlachtordnung auf der rechten Rheinseite aufgestellt hatte, war Horche allenfalls zu einem Waffenstillstand bereit. Wenn die Österreicher den Ehrenbreitstein und das Gebiet zwischen der Lahn und der Sieg sofort räumen würden, Krey, der die kaiserlichen Truppen vor dem Brückenkopf Neuwied kommandierte und bis zuletzt mit einer Verlängerung des Waffenstillstandes gerechnet hatte, konnte diese überhebliche Forderung nicht akzeptieren und musste den Kampf aufnehmen. Der Waffenstillstand von Leoben wurde in der Nacht vom 17. zum 18. April 1797 beschlossen. Die Truppen am Rhein erfuhren jedoch erst am 22. April gegen 13.30 Uhr durch den Boten Josef Berlin hiervon. Am 24. April einigten sich Hosche und Wernig im Frankfurter Roten Haus vertraglich auf die Demarkationslinie zwischen ihren Armeen. Später wurde Kreiser zum Vorwurf gemacht. Durch einen rechtzeitigen Rückzug hätten das ungleiche Treffen und die gewaltigen Verluste vermieden werden können. Die Schlacht bei Neuwied war eine der furchtbarsten Niederlagen, die ein österreichisches Armeekorps bis zu diesem Zeitpunkt erlitten hatte. Am Kaiserhof zu Wien war man der Ansicht, dass Wernig und Krein nicht die nötigsten Maßregeln gegen einen Rheinübergang der Franzosen getroffen hätten. Der Hofkriegsrat ging mit Wernig noch glimpflich um. Anstatt ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen, wurde er mit halbem Gehalt zwangspensioniert. Im besetzen rechtsrheinischem Gebiet wurde mit der Regions D. Hachenburg-Besatzungsbehörde eingerichtet. Diese unterstand der Kommission Intermediare in Bonn. Die Aufgabe der im Volksmund als Plünderungskommissäre bezeichneten Armeebeamten war die Eintreibung von Kriegskontributionen. Die Forderung war von von Horsche auf 3,75 Millionen Leifere für das Gebiet zwischen Sieg, Rhein, Main und Nieder sowie 1,8 Millionen Leifere für das besetzte Herzog Thunberg festgesetzt worden. Die nicht mit dem Friedensvertrag vereinbarte Behörde wurde im Juli des gleichen Jahres wieder aufgehoben. Die nicht mit dem Friedensvertrag vereinbarte wurde im Juli des Jahres wieder aufgehoben.